Deine Haut ist straff, juckend oder sogar rot? Zu viele Sachen machen. Hallo, ich bin Jure, Chemiker und Gehirn des Unternehmens. Und ich bin Lisa, Marketing-Expertin, ehemalige Kundin und Herz des Unternehmens. Hast du Probleme mit deiner trockene Haut? Deine Haut ist rot, schuppig oder juckend? Glaube mir, ich verstehe deine Sorgen sehr gut. Ich war selbst in deiner Lage. Meine Haut war sehr trocken und reagierte empfindlich auf unterschiedliche Pflegeprodukte. Eine Balance im Alltag zu finden, war daher sehr schwierig. Bis ich RWE Cosmetics entdeckt habe und sich meine Pflegeroutine geändert hat. RWE Cosmetics produziert biozertifizierte Naturkosmetik in Wien. Alle Produkte enthalten 100% natürliche Rohstoffe, die speziell für Kundinnen und Kunden mit sensibler und trockener Haut geeignet sind. Unsere Produkte sind frei von synthetischen Zusatzstoffen, wie zum Beispiel Konservierungsmittel, Emulgatoren, Farbmittel, Erdölben oder Duftstoffe. Eines der strengsten Biozertifizierungen zeichnet uns aus, die Austria Bio-Garantie. Du tust nicht nur dir, sondern auch deiner Umwelt etwas Gutes, da wir unsere Produkte in einer biologisch abbaubaren Verpackung anbieten. 0% Plastik, innen und außen. Unser Ziel ist es, dir alle nötigen Produkte für deine trockene Haut anzubieten, damit du die Balance findest, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Im Einklang mit der Natur. Als erstes werden wir deinen Lippen etwas Gutes tun, mit einer Aeroe Lippenpflege, die deine Lippen langzeitig mit Feuchtigkeit versorgt. Damit diese Idee zur Realität wird, brauchen wir dich, deine Unterstützung. Die plastikfreie Bio-Revolution beginnt mit dir. Suche dir ein Dankeschön aus und werde Teil der Aeroe Community. Wir sind Monique und Kathi und wir lieben Aeroe, weil 100% plastikfreier Verpackung dahintersteckt. Und weil sich die Creme erfrischen und geschmeidig auf der Haut anfühlt. Hello everyone, my name is Daniel, I'm from Spain. Ich finde Aeroe sehr toll, weil es bio-zertifizierter Naturkosmetik ist, aber auch weil es einfach unglaublich gut riecht, sehr schnell einzieht und man gefühlt ewig damit auskommt. Oh, hallo Aeroe. Dank dir habe ich eigentlich eine biologisch-zertifizierte Creme, die ganz ohne synthetischen Stabilisator an meiner Haut pflegt. Ah ja, und deine beste Eigenschaft? Am Ende landest du ganz einfach im Kompost. Bio-Kosmetik aus Österreich, Zero Waste und eine Gesichtspflege für alle meine Hauttypen. Die Dreaming Duchess von Aeroe, so stelle ich mir das vor. Ich bin der Stefan. 60 Jahre in meinem Leben war ich überzeugt davon, dass die Natur die beste Kosmetik ist. Erst als ich die Kosmetik von Aeroe-Products kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass darin auch nur Natur steckt und seitdem bin ich Fan. Der Untertitelung des ZDF für funk, 2017